Grüße von der großartigen und treuen Aurinegra-Kraut, willkommen auf dem Kanal von Noticias09 Borussia Dortmund. Heute sprechen wir über großartige Neuigkeiten, die speziell für Sie in Sachen Exklusivität aus erster Hand kommen, über die Umstrukturierung der Besetzung unseres lieben BVB. Aber bevor ich diese Neuigkeiten enthülle, bitte ich Sie, den Kanal zu abonnieren, das Video zu teilen, ein Like zu hinterlassen und Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie die wichtigsten Neuigkeiten nicht verpassen. Kommen wir also zum Video. Die Erwartungen sind hoch, dass der BVB während der Transferperiode für die kommenden Spielzeiten vier neue Positionen sucht, um das Team zu verstärken. Fangen wir also auf dem rechten Flügel an, auf dieser Position sitzt Thomas Meunier, der einige Zeit nicht mehr gespielt hat und gehen könnte. Als Ersatz könnte Borussia einen neuen Rechtsverteidiger wie den Spanier Ivan Fresneda verpflichten, einen 18-jährigen Spieler aus Valladolid. Als Linksverteidiger könnte der 27-jährige Sportler Remy Benzebany, der derzeit für Borussia Mönchengladbach und die algerische Nationalmannschaft spielt, als Ersatz für Rafael Guerrero, dessen Vertrag im Juni ausläuft und dessen Festanstellung noch nicht vereinbart wurde, nachrücken. Auf der Position des Verteidigers hat Dortmund zwar große Optionen wie Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, aber da sich Mats Hunnes dem Ende seiner Karriere nähert, kann die Verpflichtung eines weiteren Talents namens Antonio Silva, 19 Jahre alt, Verteidiger von Benfica, durchgeführt werden. Im zentralen Mittelfeld steht der Klub vor dem Abgang von Mahmoud Daud und dem möglichen Abgang von Jude Bellingham, so viele Pressemeldungen signalieren bereits die Ankunft des 26-jährigen japanischen Mittelfeldspielers Daichi Kamada in Dortmund, der für ihn spielt neben Eintracht Frankfurt spielt der Mitte 25 Jahre alte belgische Camper Juri Thielmanns derzeit für Leicester City. Wie auch immer, Unterstützerfreunde, welche dieser fünf möglichen Neuverpflichtungen stimmen Sie zu, um den Aurini-Gro-Kader zu verstärken? Hinterlassen Sie hier Ihre Meinungen und Kommentare, denn sie sind sehr wichtig für ein besseres Miteinander zwischen uns und unserem lieben DVB. Viel Spaß, abonniere den Kanal, teile das Video und hinterlasse dein Like, damit du hier immer die besten und neuesten Nachrichten von Borussia Dortmund aus erster Hand sehen kannst. Danke, bis bald!